Jede Seele ist in der Liebe zu Hause. Ich bin Jana Haas, spirituelle hellsichtige Autorin, Seminarleiterin und Heilerin. Auf meinem eigenen Weg zur Heilung, Erfüllung und Erfolg habe ich gelernt, mit kosmischer Energie umzugehen und die Lebensgesetze zu verstehen, so dass ich heute den Menschen dabei helfe, ihren eigenen, heilenden, erfühlenden Weg finden zu können. Mein lichtvoller Seelenplan hat mich in die Schweiz nach Morschach zu Antonius Haus Matli gebracht, wo ich meine Seminare abhalte und die Menschen die Möglichkeit haben, hier zur Ruhe zu kommen und neue Kraft für ihr Leben aufzutanken. Hier bist du immer willkommen. Hier haben die Menschen schon viele persönliche Wunder erlebt, Heilungen und Freundschaften geschlossen. Nun habe ich mein spirituelles Wissen in Kosmogetik Healing zusammengeführt und gebe dir die Möglichkeiten an die Hand für deine Erfüllung, für dein befreiendes Potenzial, für deinen heilsamen Weg. Hier bist du immer willkommen. In meinen Seminaren findest du Antworten auf deinen drehendsten Fragen und lernst das Leben von ganzen Herzen zu gestalten voller Liebe, Fühle und Erfolg. In dem Moment, in dem ich mich für die Liebe entschieden habe und ganz konsequent danach gehandelt habe, habe ich meinen persönlichen, lichtvollen Seelenplan gefunden, meine Heilung, meine Zufriedenheit, meine Heimat in mir selbst. Dieser Ort im Antonius Haus Matli, in dieser wunderschönen Schweizer Berglandschaft, ist heute für viele Menschen eine spirituelle Heimat geworden. In meinen Seminaren hier geht es um das Leben, um die Liebe, Leben, just life, just love.